Wir erwecken für alle Sterbenden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden, bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern mir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihrem Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Heiliger Josef, mein Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam, der Allerheiligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages, diese Nacht. Liebesakt, Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig, wir lieben euch, rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen. Und die Gottgeweihten, mit der großen Bitte, diesen Liebesakt, mit jedem Atemzug, mit jedem Pulschlag, tausend Mal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilfe auch uns, eine Herberge für die Liebesflammen, den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Amen. Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wangemütiges Herz aus, gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz. Damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann. Liebster Herr Jesus Christus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, tausche bitte mein sündhaftes, wangemütiges Herz aus, gegen dein heiligstes Herz. Damit du in mir wohnen und der Hunger in der Seele, damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann. Erfülle meine Bitte, du Gute und getreue Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Goldenes Aber Maria, bitte heiligen Gertrud offenbart, sei gegrüßte, weiße Lilie, der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit. Du leuchtende rosa himmlische Armut, um welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte. Nähe unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen. Amen. Das mächtigste Heilungsgebet vom heiligen Pater Pio. Himmlische Mutter, Sende, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien. Ich vertraue auf deine Kraft und deine Glorie. Ich, der mich stützt und wiederherstellt. Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen, denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht, meinem Verstand, Körper, meiner Seele und meinem Geist. Verdecke mich mit dem allergussbarsten Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen. Entferne alles, was in mir nicht sein sollte. Entwurzelle alle ungesunden und abnormalen Zellen. Öffne verstopfte Arterien oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wieder her und fülle sie wieder auf. Entferne alle Entzündungen und beseitige jede Infektion durch die Kraft des kostbaren Blutes Jesu. Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle kranken Bereiche zu erneuern, damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast. Erschaffe mich, berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen, selbst die tiefsten Nischen des Herzens. Du strengst mein ganzes Sein mit deiner heiligen Gegenwart, Liebe, Freude und deinem Frieden. Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens. Vater, fülle mich mit deinem heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun, damit mein Leben deinem heiligen Namen Herrlichkeit und Ehre bringt. Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gut, die dreifältige, barmherzige Liebe komme allen Menschen zugut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Frauen und gebeneid ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gut, die dreifältige, brennende Liebe komme allen Menschen zugut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneid ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gut, die dreifältige, blutende Liebe komme allen Menschen zugut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Frauen und gebeneid ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei der dreifältigen Liebe und unabiss in Ewigkeit. Amen. Abendgruß zum heiligsten Herzen Jesu. Den letzten Gruß der Abendstunde send ich zu dir, o göttlich Herz. In dein heiliger Liebesfunde senk ich des Tages Freude und Schmerz. O Herz der Liebe, dir vertraute am Morgen ich des Tages last. Und nicht umsonst ich auf dich baute, voll holt du mich gesegnet hast. O Herr bedankt für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand. Auch diese Nacht mich treu behüte durch deine Segen Engels Hand. O göttlich Herz all meine Sünden, bereue ich aus lieb zu dir. O lasse mich Verzeihung finden, schenk deine Liebe aufs Neue mir. Herr sieh, so ähnlich ich empfehle auch alle meine Lieben dir, beschütze sie an Leib und Seele, wie gut ist sie erwiesen mir. In deiner heiligen Herzenswunde senk ich des Tages Freude und Schlaf. Schlafe ich nun sanft und ruhig ein, o lasse in der letzten Stunde mir eine Himmelsworte sein. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind lieb. Und zu allen deinen Segen gib. Amen. 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 Vielen Dank.